Hallo liebe Studentin, hallo liebe Student. Heute erklären wir Ihnen, wie man einen Plattfuß an einem Fahrrad selbst repariert. So, zunächst müssen Sie das Fahrrad auf den Kopf stellen. Es muss sicher stehen und dann lösen Sie den Mantel. Sie müssen ja den Schlauch herausnehmen, an den Schlauch kommen. So, jetzt wird gerade der Schlauch herausgenommen.